Was ist ein Schweizer Alex Hannimann? Die Schule in Heerbruck im Rheintal dann definitiv installiert wird. Das zeigt eine Schülerin, Vanessa, 15 Jahre alt, ein Teenager. Hannimann hat diese Schülerin mit einem Bodyscan erfassen lassen, also sozusagen kartografiert die Figur. Dieser Bodyscan wurde dann vergrößert auf 5,5 Meter Größe, Styropor, zuerst einmal ausgesägt, dann in einzelne Elemente aufgeteilt, sodass man diese Elemente dann aus einem Stahlblech hämmern konnte, in China, in Shanghai, in einem Kunstbetrieb. Dort wurde es dann zusammengeschweißt, wurde poliert und verkromt und dann wieder zurückverschifft in die Schweiz, wo es eben jetzt in Zürich Zwischenstation macht, aufgestellt wird am Steinfelsplatz und dann nach Arten der City in die Ostschweiz fährt, um seinen definitiven Standort in dieser Kantonsschule in Heerbruck zu finden.